Musik Ganz im Prinzip alles machen auf der Welt. Das einzige Problem ist dein Kopf. Für mich ist Südtirol, Ostirol, meine Heimat. Wir leben im Paradies. Also ich habe bei einem Telefonat im Februar 2010 entschieden, dass ich drei Sterne haben will. Wir waren uns nicht bewusst, was wir da tun, weil wir natürlich im Sommer angefangen haben, es war da. Und im Winter haben wir dann ganz schön blöd aus der Wäsche gesagt. Ich wollte eine Saison machen. Jetzt sind es, ja, ich glaube acht Jahre. Wie schafft man das denn, junge Menschen dafür zu begeistern, was man da vorhat? Wie zündest du die an, dass die genauso Bock darauf haben wie du? Hallo und Servus zu Amüs und Amore. Dem Podcast mit Herz, Biss, Humor und ganz viel Amore. Wir sprechen mit unseren Gästen über alles, was bewegt. Von Gastro-Insights, besonderen Momenten und guten Gesprächen unter Freunden. Gemeinsam werfen wir den begehrten Blick hinter die Kulissen. Mit Koryphäen vor und hinter dem Topf, KünstlerInnen jeglicher Art und vielen ganz persönlichen Geschichten. Unsere Gastgeberin Sandra ist eine Münchner Gründerin und Culinary Specialist mit über 20 Jahren Erfahrung in der Event- und Gastro-Szene. Mit viel Fingerspitzengefühl führt sie gute Gespräche und stellt dabei immer die richtigen Fragen. Mit ganz viel Amore eben. Teamwork makes the dream work. Wir dürfen heute das Dreiergespann der kulinarischen Extraklasse um Küchenchef Maurus Jäger, Sommelier Lukas Gerges und Gastgeber und lebende Legende Norbert Niederkofler bei uns begrüßen. Gemeinsam mit ihrem Team leben und gestalten sie die Philosophie hinter dem Konzept Cook the Mountain, welches die kulinarische Welt 2017 auf den Kopf gestellt hat. Vollkommen zu Recht ist das Atelier Mössmann Norbert Niederkofler mit drei Michelin-Sternen und einem Nachhaltigkeitsstern ausgezeichnet. An welche Spielregeln sich hier alle halten müssen, warum man laut Norbert erst seine Heimat verlassen muss, um sie später wirklich zu finden und was die drei verschiedenen Männer alle miteinander verbindet, erfahrt ihr in der neuen Folge von Amuse und Amore. Lieber Norbert, lieber Lukas, caro Mauro, willkommen bei Amuse und Amore, dem Podcast mit Herz bis Humor und Amore. ¿Cómo estás? Wie geht's euch? Super. Bene. All good? Das ist gut. Das ist knapp. Ich mag sowas. Ja, ich freue mich sehr, bei euch heute zu Gast zu sein im Atelier Mössmann Norbert Niederkofler. Ich hatte sehr viele Strapazen, als ich gestern hergefahren bin. Ich habe meine zwei PCs verloren im Zug. Hoffentlich nicht in Italien, sondern in Österreich. Nee, war leider schon in Italien. Dann ist es weg. Das ist jetzt aber ein bisschen... Genau das Gegenteil, dann kriegst du sie wieder. Wir werden sehen. Also auf jeden Fall sucht die Deutsche Bahn jetzt und die ÖBB und der italienische Nahverkehr oder Fernverkehr meinen PCs zumindest, sagen sie es alle. Aber ich glaube, daraus wird nichts. Ihr Lieben, ich habe mir überlegt, wann wir uns kennengelernt haben. Wisst ihr das noch? In München, oder? Ja, dich habe ich in München kennengelernt. Du warst sehr schlecht gelaunt den ganzen Tag. Nein, nur bei der Vorbereitung. Ja, genau. Acht Stunden bei der Vorbereitung. Ja, weil es nicht vorbereitet war. Wie halt oft. Wie halt oft nicht vorbereitet. Na, grießgrimmiger Österreicher. Ja. Bis alles passt. Wenn es dann passt, bin ich gut gelaunt. Ja, das war dann am Ende des Abends um zwei Uhr nachts der Mann. Ja, da hat alles gebastert. Genau. Norbert, weißt du noch, wann ich dich kennengelernt habe? Ich habe dich ein bisschen früher kennengelernt. Wir haben für denselben Kunden, für den wir das Event gemacht haben, haben wir im Vorfeld Content produziert und ein Interview geführt. Und ich bin da ein bisschen zu diesem Interview wie die Jungfrau zum Kind gekommen war. Eigentlich wollten sie einen Moderator haben. Den gab es dann nicht. Und dann haben sie gesagt, Sandra, du redest gern. Du machst das jetzt. Du interviewst jetzt den Norbert. Und du musst ihn jetzt kennenlernen und gucken, ob das irgendwie wiped oder nicht. Und ich hatte ganz viel Angst vor dir. So, und dann war die Angst weg. Wir haben uns dann unterhalten. Innerhalb von fünf Minuten hast du mir von deiner Frau erzählt. Ich habe dir von meinem Mann erzählt und wir von uns, von unseren Kindern und von den Bergen und wie schön das Leben ist. Und das war ganz gut. Haben wir über das Thema auch geredet, über das, was wir reden sollten oder nicht? Haben wir auch. Aber erst später dann, glaube ich. Nein, haben wir dann auch gemacht. Wir haben auch wirklich tollen Content produziert. Aber so ist sozusagen unsere erste Begegnung gewesen. Also, ihr seid im Podcast Amüs Unamore. Was verbindet ihr mit dem Namen Amüs? Was ist das Amüs für euch? Der Gruß, das Willkommen heißen der Gäste. Ja. Das ist ein bisschen der Eisbrecher. Also die Gäste kommen. Natürlich hier haben wir ein Riesenglück mit dieser Villa. Der Villa Mösmer, weil wir einfach ein tolles Ambiente haben, wo man schon mal, um hereingelassen zu werden, und der Glocke läuten muss. Und somit dann die Türen aufgehen und der Gast kommt zu uns nach Hause. Dann setzt er sich erst einmal hin und kriegt einen Gruß aus der Küche oder ein Amüs. Und mit dem praktisch wird der Abend oder Mittag dann begonnen. Und das ist auch so ein bisschen das Indiz, wie die Mahlzeit, ob es jetzt Mittag ist oder Abend ist, bei uns verläuft. Mauro, what means Amüs for you? Amüs is the welcome that we give to our guests when they come in. It's the first bite that we want to give to them, to let them know what we are doing here. Ich sage euch jetzt, was Amüs für mich ist und warum ich mich entschieden habe, dass der ganze Podcast so heißt. Also wir starten immer mit dem Amüs und enden mit dem Amore. Und eigentlich habe ich mich dafür entschieden, weil ich ja bei euch zu Gast bin und es schön finde, auch ein Gastgeschenk zu bekommen, dass ich mich quasi bei Menschen wie bei euch einlade zu so einem Amüs und wir gemeinsam sprechen und essen und trinken. Das ist so mein Kalkül da eben. Genau. Und so dachte ich mir, dass ich euch jetzt einfach frage, habt ihr mir was mitgebracht? Gibt es was? Ja, sicher. Mauro, you prepared something? Yes. I mean, they are finishing to prepare, but yes, we did prepare something. It's a cookie. I made it from polenta flour, which is like a local corn flour. Okay. Coming from the Chef Valley, so from Valaurina, actually. Inside there is a cheese. Okay, the first cheese from the springtime. It's really fresh, but at the same time, it's really peppery because it's being aged in a bunker. Okay. Not really far away from here. So that is why it has a really strong character in there, even though the milk is, let's say, really, really fresh and the cheese sauce is really fresh because it's not aged more longer than Fremont. Okay. Sounds good. And that it's not so trocken, is the whole Angelegenheit. That's right. wine here gerichtet. Darf ich den schon aufmachen? Ja. Sonst sitzen wir ja hier auf dem Trockenen. Das Gute ist ja in diesem Podcast, dass man hier essen und trinken darf. Man darf so gar ins Mikrofon irgendwie schmatzen. Das macht ja auch hier und da Spaß. Ich hatte kürzlich eine Aufnahme mit dem Gerhard Retter. Schönen Gruß, Gerhard, an der Stelle. Schönen Gruß, Gerhard. Der hat sogar auf seiner Baustelle von seinem neuen Lokal hat der sogar die Korken knallen lassen. Da ist der Korken einfach weggeflogen. Das machst du hier jetzt nicht, gell? Das haben wir ja auch. Also wir haben im letzten Juni eine Baustellenbesichtigung gemacht mit Freunden und eben hat der Lukas einige Sachen aufgemacht und der Maurer hat dann einige Sachen dazu gekocht und deswegen haben wir so ein richtig schönes Baustellenfest gemacht. Aber das war richtig noch im Rohzustand. Also da war wirklich noch viel. Und jeder hat damals im Juni gesagt, also ihr sperrt es im Juli sicher nie auf. Und wir haben dann im Juli aufgesperrt. Ja, dazu kommen wir auch noch gleich. Ihr habt nicht nur im Juli aufgesperrt, sondern gleich vier Monate später auch direkt wieder drei plus einen Stern ergattert. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Jetzt schenkt Lukas erstmal noch ein bisschen hier was Schönes ein. Und dann, wenn du fertig eingeschenkt hast, dann kannst du uns noch gleich erzählen, was du uns hier Schönes einschenkst. So I prepared a sentence in Italian and I don't say it to you. So I do it now. Caro Mauro, que bella cosa hai cucinato per noi qui. Grazie. So tu debes responde in Italiano. Ja. Dann vediamo cosa capisce. So do you understand it? Yes, it actually was perfect. Okay, what's the answer? Grazie per quello che hai detto. Okay, what does it mean? Thank you for what you're saying. You're welcome. Okay, ciao. Also im Glas ist von Lorenz Martini, Comitissa, Jahrgang 2019, ist einer für uns, einer unserer Lieblingsscharmweine in Südtirol, in der Nähe von, oder in Eppern. Kleiner Mini-Produzent, produziert nur dieses eine Produkt, hat keinen Stillwein, also wirklich nur diesen Scharmwein. Chardonnay, Pinot Noir und Weißburgunder. Okay. Immer drei Jahre auf der Feinhefe, ganz was Frisches, Knackiges, ein Badosé, also sehr, sehr trocken und frisch, wie gesagt. Schön zum Starten. Dann tun wir jetzt mal was, was Knigge gesagt hat, tut man nicht mehr anstoßen. Aber ich liebe es, das macht man schon, oder? Salute. 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 Wann hat Knigge das gesagt, dass man das nicht mehr machen darf? Das ist, glaube ich, vor letztes Jahr mal rausgekommen, dass man nicht mehr anstoßen sollte, aber da bin ich lieber ein bisschen altmodisch geblieben und bleib beim Anstoßen. Ja, ich bleib da auch dabei. Wir stoßen ganz gerne an eigentlich, das ist ja auch irgendwie schön. Aber wir essen jetzt auch, oder? Ja. Ja, dann? Please. Thank you. Mahlzeit. Das ist jetzt nach der Carbonara. Heute hat der Chef schon Carbonara für uns gekocht. Äh? Ja. Nämlich Carbonara Day. Morgen. Immer mittwochs? Nein. Generell. Morgen ist Tag der Carbonara. In Italien? Ja, weltweit. Weltweit. Habe noch nie was von gehört. Und ihr feiert das? Ja, logisch. Okay. Mit Carbonara. Mit Carbonara. Super. Grazie, Mauro. It's very delicious. Prego. So, before we change or switch to Norbert and again in German, Mauro, some words to you. You are here to execute the chef in the Atelier Mössma, right? Yes, I am. How long are you here? I mean, I'm here from the beginning, from the day one. Before the beginning. Before the beginning. I mean, it's already from 2015 that I know Norbert that we start to collaborate together. And then, I mean, my trip took me away for a little bit and then he came over to take me from the here and bring me back to South Tyrol. So, when we opened the Atelier with Lucas and Norbert, I was, as I said, for the first day. So, you weren't in St. Cassian? Yes, I was. Ah, you were, okay. Yeah, I was there. I've been there from 2017 that I'm working with him. And then after I left on 2019, before the COVID came, and then I came back for the last two seasons, when we closed. And then we move on with Atelier. And then you all together come to Brunico. Exactly. Okay, grazie Mauro. Thank you so much. Frage. Norbert, kommen wir zu dir. Wir haben ein bisschen recherchiert über dich, mein Team und ich. Wir haben auch recherchiert über Lucas, aber Lucas ist ein geheimnisvoller Typ, über den erfährt man fast gar nichts. Über dich hingegen schon mehr? Ich bin ein bisschen älter. Auch geheimnisvoll, aber ein bisschen älter. Deshalb kommt da etwas mehr zusammen. Also, du bist Koch, du bist Visionär, du bist Vorreiter, du bist Mentor, du bist Lehrer, du bist Motivator und manche bezeichnen dich als lebende Legende. Okay. Also so weit bin ich noch nicht gekommen. Habe ich aber schon über dich gehört. Okay. Also, das zumindest, wenn man auch andere Menschen fragt. Habe ich noch etwas vergessen? Nein. Ich bin Familienvater auch. Dazu kommen wir noch. Okay. Wenn du dich jetzt selber in drei Worten beschreiben müsstest oder dürftest, was würdest du noch zusätzlich hinzufügen? Na, ich bin ja ein Lebe-Mensch. Ich habe mein Leben immer gelebt. Ich habe immer Spaß gehabt. Ich habe immer den Beruf verbunden mit dem, was mir gefällt. Das heißt mit Reisen. Ich bin eigentlich Koch geworden, weil ich reisen wollte, weil ich die Welt sehen wollte und kein Geld gehabt habe damals. Und heute auch noch keins habe. Aber das geht so nicht. Aber wie gesagt, das war eigentlich der Hauptgrund. Und so habe ich mir eben weltweit immer die Arbeitsplätze da ausgesucht, wo ich gerne hin wollte und nicht das Geld gehabt habe, da hinzugehen. Und das war eigentlich toll für mich. Ich habe unwahrscheinlich nette Menschen kennengelernt. Viele Menschen kennengelernt. Und das ist eigentlich das, was mich an diesem Beruf hält und was ich an diesem Beruf so liebe. Und das ist eigentlich das, was ich noch bin, ja. Das heißt, wann hast du angefangen mit dem Beruf? Ich habe mit 17 Jahren hier in Südtirol meine Zelte abgebrochen. Bin damals, da ist mein Vater verstorben und ich habe vier Schwestern zu Hause, die meine Mutter zu Hause gehabt damals. Zu viele Frauen. Genau. Ich habe gedacht, da ist jetzt besser die weiße Fahne hissen und sich vertüssen. Und so bin ich nach Deutschland. Ich habe da eine Hotelfachschule gemacht in Tegernsee. Bin dann von da aus in die Schweiz, von da aus nach Amerika und war dann recht lang in Amerika. Habe unwahrscheinlich schöne Reisen gemacht in Amerika, weil ich ein Jahr ein sogenanntes Sabbaticalier gemacht habe. Aber das habe ich mit 26 gemacht, nicht mit 50. und war da eben viel unterwegs in Nordamerika sechs Monate und danach noch in Mittelamerika sechs Monate und bin dann wieder zurückgekommen und musste wieder arbeiten, weil das Geld wieder fertig war. Und so ging mein Leben immer weiter. Bis wir jetzt hier wieder sitzen. Dazu kommen wir aber auch nochmal gleich. Lukas, bei dir haben wir schon gesagt, du bist ein bisschen geheimnisvoll. Wir haben gar nicht so viel über dich herausgefunden, auch jetzt, was du vorher nicht gemacht hast. Wie bist denn du so, also wie kommt man denn auch dazu, jetzt in deinem Alter Sommelier zu werden? Ist man zehn und hat dann Bock auf Wein oder wie funktioniert denn das? Eigentlich das Gegenteil. Ich bin aufgewachsen. Also dass ich in der Gastronomie gelandet bin, war irgendwie vorauszusehen. Ich bin geboren in einem kleinen Mini-Gasthaus in Innervillegraten mit Bäckerei in Osttirol. Die Mama steht in der Früh auf, macht Frühstück, zwischen Frühstück putzt sie die Zimmer dann zwischendrin, verkauft sie in der Bäckerei Brot, hilft dann in der Küche, hilft im Service. Meine Tante ist die Alleinköchin, macht die Buchhaltung, hilft in der Backstube und der Onkel macht Service, macht die Backstube. Also jeder arbeitet den ganzen Tag und ich bin eigentlich da aufgewachsen im Gasthaus, habe schon mit drei, vier Jahren den Gästen den Knödel vom Teller geklaut. Und die kommen übrigens immer noch, diese Gäste. Und du klaust immer noch die Knödel, wenn du da bist? Jetzt nicht mehr. Eher setze ich mich dazu vielleicht. Also dass ich in die Gastronomie gegangen bin, war eigentlich logisch. Dass ich eine Liebe zu Wein entwickelt habe, das war, glaube ich, eher Zufall. Weil bei uns zu Hause ist eher so großes Bier und eine Cola im Gasthaus und nicht gerade ein großes Weinsortiment. Und auch von meiner Familie her mag keiner Wein. Also wenn ich zu Hause voller Freude zu Weihnachten oder irgendwann eine gute Flasche Wein aufmache, dann ist eher so, man müssen wir den unbedingt probieren. Das ist eher die Antwort, dass sie jetzt mit Freude das probieren. Und dann eigentlich durch meine Arbeitgeber. Die waren immer eigentlich Weinfreaks, egal wo ich gearbeitet, zufällig. Ich habe es mir nicht deshalb ausgesucht. Und das erste Mal, wo es ein bisschen Klick gemacht hat, habe ich in der Schweiz gearbeitet und da war die Chefin. Und immer wenn ein Gast, für mich war das schon etwas Besonderes, dass ein Gast am Abend eine ganze Flasche Wein bestellt hat. Das war schon für mich etwas Komisches. Weil bei mir daheim im Familienbetrieb, da sind die Einheimischen gekommen und haben immer ein Glas Wein bestellt. So ein Achtel dann sozusagen. Genau, ein Achtel oder mal ein Viertel vielleicht in der Karaffe. Aber dass einer eine ganze Flasche Wein bestellt hat und dann der Wein auf dem Tisch aufgemacht worden ist und bla bla bla. Das war für mich da schon eigentlich was Spezielles. Und wenn eine besondere Weinflasche aufgemacht worden ist, dann ist die Chefin immer ganz so kribbelig geworden und nervös. Da habe ich gedacht, was ist denn los? Nur weil die eine Flasche Wein nehmen. Und da kann ich mich noch heute erinnern, da bin ich das erste Mal mit meiner Freundin, haben wir uns ein bisschen was gespart, sind wir in so ein Sternerestaurant in Luzern gegangen und dann haben wir uns drinnen eine Flasche Rotwein bestellt. Ich weiß auch noch, was das war, es war damals ein Tignanello, das kann ich mich noch genau erinnern. Das ist jetzt, glaube ich, 20 Jahre her. Und daneben waren die ganzen Anwälte aus Luzern und so und die haben uns angeschaltet und haben uns gefragt, ob wir heute geheiratet haben oder ob wir Hochzeitstag haben. Und wir haben gesagt, nee, wir haben nur heute frei. Na Lust. Aber das war ja ganz, ganz komisch. Und danach hatte ich wirklich vor allem dann im Sechsten in Caravanberg, da habe ich mit zwei kompletten Weinfreaks zusammengearbeitet. Und da habe ich dann wirklich so, die bin ich ein bisschen weinverrückt geworden. Aber wirklich fast jeden Abend nach der Arbeit noch, nach 12, 13, 14 Stunden Arbeiten, haben wir noch zwei Stunden blind Wein verkostet. Und die haben mich da wirklich so ein bisschen in den Bann gezogen. Also bevor ich irgendwelche Ausbildungen oder so gemacht habe, waren wir eigentlich alle oder war ich schon relativ weinverrückt dann. Also du bist da so mehr oder weniger gelandet und das hat sich so entwickelt. Aber das war jetzt nicht das große Ziel. Norbert, wir sind ja jetzt hier quasi zurück in Südtirol. Du hast ja schon erzählt, du warst ja sehr, sehr viel unterwegs. Das hat dich wieder zurückgebracht. Dazu kommen wir noch im Detail. Aber welche Sachen aus deiner Kindheit prägen dich denn, wenn du hier an deine Heimat denkst und an die Küche, die du jetzt heute hier machst? Ich glaube, das ist was, was sicherlich den Lukas und ich verbindet, das ist ja eigentlich auch die Liebe zu den Bergen. Lukas lebt momentan noch ein bisschen anders, weil er sehr, sehr viel Skitouren geht und sehr, sehr viel auf den Berg geht. Er ist ja ein Extremist auch so ein bisschen. Wenn man ihm folgt, merkt man das. Leider nicht mehr machen. Also ich habe das vor 15 Kilo gemacht. Das ist eine gute Messeinheit. Damals ging es noch gut und damals war ich ja noch relativ fit. Aber ich glaube, das ist einfach diese Verwurzelung, die man in den Bergen hat. Und vor allem, ich glaube immer, dass Berge extrem spannend sind, weil auf der anderen Seite schützen sich diese Berge, weil du ja beschützt bist in einem Tal. Er kommt aus einem kleinen Tal, ich komme aus einem kleinen Tal. Und du bist so beschützt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hast du dann schon die Neugier. Was ist denn da auf der anderen Seite drüben? Da möchte ich jetzt einmal schauen. Und deswegen war das auch diese Neugierde, die dich da hingebracht hat, wirklich auch rauszugehen. Und irgendwann merkst du halt einfach wieder diese Verwurzelung und die dich auch wieder zurückbringt. Und also ich bin, wie gesagt, ich bin immer noch viel unterwegs. Aber meine Wurzeln sind jetzt wieder hundertprozentig in Südtirol. Und ich liebe das, weil es einfach ein tolles Land ist und weil wir einfach auch von den Möglichkeiten, von der Lebensqualität und vom Angebot, das wir hier haben, extrem gut sind und vor allem auch diese Verwurzelung in der Kultur. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Und das ist das, was mich wieder zurückgebracht hat, wie ich mit 17 Jahren weggegangen bin. Da habe ich gesagt, das Land sieht mich nie wieder. Es war mir zu klein, es war mir zu engstirnig, zu kleinkariert, es war zu nervig, es war zu mühsam. Jeder Nachbar wusste genau, was du im Takt vorher gemacht hast. Und das hat mich irgendwann aufgeregt. Und ich wollte einfach mein Leben leben, so wie ich das will, tun, was ich will. Ich für das gerade stehen, was ich anstelle und für das einfach auch genießen, was ich genießen kann. Und das war einfach damals diese Geschichten. Heute ist es immer noch gleich groß, aber mir ist es relativ wurscht, was die anderen sagen. Und das ändert sich mit dem Älterwerden. Und so ist es halt eben. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es beide Sachen braucht. Und ich glaube, dass es sehr gut wäre für jeden, der in so einer Gegend aufwachst, der mal zwei, drei Jahre ins Ausland geht, aber besser wäre halt ohne der Kreditkarte vom Vater, dass er sich mal selber ein bisschen behaupten muss und selber ein bisschen zeigen muss, wo du was kannst. Und ich glaube, dass dann auch die Anerkennung für dich als Person wesentlich größer ist, wie wenn es halt sonst immer ein bisschen mitgeholfen wird. Ja, gestern habe ich seit langem etwas gesehen, was ich schon lange nicht mal gesehen habe, nämlich einen jungen Mann, der auf der Walz war. Und auf, also ein, was ist das dann? Das ist dann ein Zimmermann. Ja, genau, ein Zimmermann, der in seiner Montur ein Jahr auf die Walz geht und das entdeckt. Macht man das überall? Gibt es das hier? Hauptsächlich in Österreich, ja, das ist das Hauptsache. Ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie da die genauen Dinge sind. Ja, ich weiß es auch nicht. Die mit den schwarzen Hüten da, oder? Genau, und mit den Korthosen und mit dem Stock. Ja, genau, man sieht sie dann schon wieder mal. Aber ich weiß nicht, ob es bei uns ist, aber es gibt es ab und zu und ich finde es auch toll. Und wie gesagt, aber das ist natürlich das, was in der Gastronomie eigentlich die größte Möglichkeit ist, die du hast, weil du kannst dir wirklich die Arbeit aussuchen, wo du willst. Das ist halt ab und zu ein bisschen schwierig mit Arbeitsgenehmigungen oder mit Visas, aber das ist eigentlich das Einzige, was dich auffällt. Aber sonst steht die ganze Welt offen und auch mit dem, was wir gemacht haben, haben wir im Prinzip auf jedem Kontinent gekocht und das ist natürlich schon einzigartig. Wenn du sagst, was wir gemacht haben, meinst du dann das, was jetzt gemacht wird, also Cook the Mountain oder das, was auch vorweg schon war? Das, was auch vorweg schon war. Also ich habe ja lange Zeit in Deutschland gearbeitet. Ich habe das Glück gehabt, mit Bayern München rumzufliegen für Champions League. Ich habe Formel 1 gemacht, ich habe Le Mans gemacht, ich habe extrem Fußball, Sport, Tennis, Golf, alles Veranstaltungen, wo wir mitgekocht haben. Und das ist natürlich extrem spannend und extrem interessant, weil du einfach alle Lebensschichten siehst. Also du siehst von ganz weit oben bis ganz weit unten und das ist eigentlich das, was interessant ist und das ist auch eine Lehre, die du natürlich für das ganze Leben mitbringst. Und deswegen ist heute auch so ein bisschen der Gedanke, also du kannst im Prinzip alles machen auf der Welt. Das einzige Problem ist dein Kopf. Fertig. Es gibt nicht mehr Probleme. Schön gesagt, wenn der Kopf klar ist, dann kannst du auch alles machen. Aber wenn nicht, dann kannst du nichts machen. Keiner kann dich aufhalten. Außer du dich selbst. Außer du dich selbst, ja. Siehst du, und so kommen wir wieder, wieder so hier mit ganz tief in die Themen rein. Aber es stimmt so und es regt mich immer sehr zum Nachdenken an. Aber du hast vollkommen recht. Cook the Mountain. Wann war für dich klar, dass Cook the Mountain dein Weg ist oder der Weg, den du mit Menschen wie den beiden hier vollziehen möchtest oder gehen möchtest weiter? Also ich habe bei einem Telefonat im Februar 2010 entschieden, dass ich drei Sterne haben will. Und danach sind praktisch die ganzen Schritte da gesetzt worden. Also wir haben 2004 angefangen, damals noch im Rosalpine im St. Tubertus mit einer Veranstaltung, die heißt Chefs Cup, um das ganze Tal international bekannt zu machen. Das heißt, gastronomisch bekannt zu machen. Wir haben damals dann eben jedes Jahr eine Veranstaltung gehabt, wo wir circa 20, 30, 40 Köche gehabt haben aus der ganzen Welt, die da hergekommen sind. Und das ist praktisch Mischlein, dass das ganze System auf gastronomisches System auf Alta Badia und auf Südtirol wirklich ein Augenmerk drauf wirft. Und so haben wir eben diese Veranstaltung gemacht. Es war extrem erfolgreich. Also wir haben angefangen mit 50 Leuten. Wir haben aufgehört mit fast 1200 Leuten pro Woche. Oh wow. Und das habt ihr im Rosalpine gemacht? Das war im Rosalpine noch im St. Tubertus und eben in Atta Badia. Und dann sind wir dann eben 2008 als erstes Restaurant in Norditalien, sind vor allem in den Bergen mit den zwei Sternen ausgezeichnet worden, aber mit einer komplett anderen Küche. Das heißt, ich habe im Prinzip alles mitgebracht, was ich weltweit gelernt habe. Und es ging gut aus zwei Gründen. Oder aus einem Grund hauptsächlich, wie ich im Rosalpine angefangen habe, war 70, 80 Prozent von den Gästen aus Deutschland. Logisch ging eine internationale Küche extrem gut. Wir sind dann rübergegangen auf italienische Gäste. Das heißt, 70, 80 Prozent waren italienische Gäste. Die internationale Küche ging immer noch gut. Und wir sind dann 2008 eben mit dieser internationalen Küche, das heißt mit 70, 80, 90 Prozent Gänsestopfleber jeden Tag in der Vorspeise und mit 100, 150 Kilo mehr des Fischers der ganzen Welt sind wir dann mit zwei Sternen ausgezeichnet worden. Und für mich hat sich halt jetzt die Frage gestellt, okay, und wie komme ich jetzt auf drei Sterne? Nachdem eigentlich Werbebudget relativ wenig da war, musste ich einen Weg finden, der nicht mehr vergleichbar ist. Weil es war im Prinzip alles vergleichbar. Heute sieht man das viel mehr wie früher, dass im Prinzip 90 Prozent von den Gerichten kreuz und quer kopiert werden. Und dass eigentlich sehr, sehr wenige Menschen in der Gastronomie oder sehr, sehr wenige Köche überhaupt eine eigene Handschrift haben. Und deswegen mussten wir eine eigene Handschrift entwickeln. Ich habe dann angefangen, mit den Gästen zu reden und deswegen war hauptsächlich englischsprachig. Er sagte, warum kommt es denn hier überhaupt daher, in die Dolomiten? Und jeder hat dann gesagt, okay, wir kommen hier erstens wegen der Natur, wegen der Landschaft und wegen dem Essen. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich aber alles falsch hier. Weil wir haben eine internationale Küche gemacht, die du in New York, die du in London, die du überall wahrscheinlich besser essen konntest wie bei uns. Und so habe ich gesagt, okay, dann muss ich jetzt aber was ändern hier. Und ich habe dann angefangen, 2008 guckte man, zu schreiben. Es ist eigentlich bis heute kein Wort verändert worden. Natürlich, diese Umstellung hat natürlich auch sehr, sehr viel Spannung gebracht. Also jeder hat die Hände nach oben gehalten. Dann hat er gesagt, also mit dem Ding wollen wir jetzt da nichts zu tun haben, weil es kann auch ganz schön in die Hosen gehen. Ich habe dann, 2010 ging es richtig los, weil dann ist eben unser erster Sohn geboren. Und deswegen, A, der Gedanke dann richtig fest da, dass man wirklich schauen muss, was man für die Zukunft da lässt, was man von der Natur her für die Zukunft da lässt, was man an Wissen da lässt, was man an Wissen behalten muss. Und so ist dann guckte man und gewachsen. Wir waren uns nicht bewusst, was wir da tun, weil wir haben natürlich im Sommer angefangen, hurra, die Jams, alles war da. Und im Winter haben wir uns ganz schön blöd aus der Wäsche geschaut oder blöd in die Kühlzeile geschaut, weil nichts mehr drin war nicht. Da mussten wir wieder einen Schritt zurück machen, mussten wieder anfangen. Und wir haben ungefähr fünf Jahre gebraucht, um die gesamte Versorgungskette aufzustellen. Aber ist das parallel gelaufen zu der Zeit? Also habt ihr parallel gekocht wie davor? Nein? Von einem Tag auf den anderen alles umgestellt. Es gibt keine ganze Stopfleber mehr. Es gibt keinen mehr als Fische mehr. Natürlich waren die Gäste alle sehr begeistert davon. Also jeder Zweite hat mir gesagt, was für ein Trottel das ich eigentlich bin. Und das ist überhaupt der größte Schatz, was du jetzt da machen kannst. Aber wie gesagt, die Entscheidung war getroffen. Und ja, es war natürlich eine sehr anstrengende Zeit, vor allem auch von den Journalisten her, die das ja natürlich zu 99 Prozent nicht verstanden haben, was wir da tun. Und so ging es halt los. Und der größte Umschwung kam natürlich 2015 mit Dieselgate. Und dann auf einmal, jetzt müssen wir anfangen, nachhaltig zu werden. Wir haben dann 2014 das letzte Mal Chefs Cup gemacht, weil Chefs Cup war damals eine reine Lifestyle-Veranstaltung. Das heißt, wir sind mit den Autos die Skipisten rauf und runter gefahren und haben eigentlich uns mehr um das gekümmert wie um sonst was. Und da ist dann Cares entstanden. Also Cares, die Ethical Chef, der ist, der ist ja eigentlich über die ganzen Gedanken hinausgegangen, also praktisch nicht mehr nur mit Küche zu tun gehabt hat, sondern wirklich über Nachhaltigkeit sich Gedanken gemacht. Was muss man neue Wege gehen? Was sollte man tun? Wohin? Aber das war nie, dass das jeder tun soll. Das waren eigentlich nur Ideen, die wir gehabt haben und die wir weitergebracht haben. Und wir haben dann eben 2015 mit der ersten Cares-Veranstaltung angefangen. Und wir haben dann noch kurz 2016, kurz vor Weihnachten, noch eine richtig schöne Mail bekommen von einem Journalisten, der sehr vernetzt war und hat uns dann geschrieben, der war bei uns beim Essen, schreibt dann eine Mail und sagt, hey Norbert, hör mit dem Scheiß auf, weil hier nehmen Sie auch einen zweiten Stern noch, wenn du nicht aufpasst. Und ich soll dann zurückgehen, soll dann das tun, was ich vorher gemacht habe. Und da hat es geheißen, wo ist der Norbert, den wir früher kannten? Er hat gesagt, ja, der Norbert sitzt hier, nur ist ja ein bisschen anders geworden. Und ich habe dann gedacht, okay, das ist jetzt lustig da, weil das ist natürlich ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk, das du da kriegst. Und ich habe dann zu niemandem was gesagt, außer zu meiner Frau. Und ich habe mir die E-Mail gezeigt. Und ich habe mir dann die Gedanken gemacht, die haben gesagt, wenn ich das jetzt meinem Köchen sage oder meinem Team sage, dann bin ich am Weihnachten alleine da. Dann kann ich das ganze Zeug alleine weitermachen, weil da geht jeder nach Hause und sagt, was soll denn das jetzt? Macht keinen Sinn mehr dann. Macht keinen Sinn mehr. Und ich habe dann nichts gesagt. Ich habe dann gewartet bis Mitte Januar, nachdem jeder seinen ersten freien Tag wieder geönt hat, nach der Weihnachtszeit, und wieder mit dem Kopf ein bisschen runtergekommen ist, habe ich dann am Abend ein Meeting gemacht und habe gesagt, mit den vier wichtigsten Leuten, also für mich war immer das Team wichtig. Aber immer schon. Und das ist nicht jetzt entstanden, sondern es war immer extrem wichtig, dass man viel Platz schafft für junge Leute, dass man junge Leute ins Boot holt und dass man mit denen die Sache teilt, aber jetzt nicht nur die Arbeit teilt, sondern auch den Erfolg teilt. Und dass jeder praktisch am Erfolg dann wirklich seinen Teil haben soll. Und ich glaube, das habe ich immer gemacht. Und deswegen haben wir auch sehr viele junge Leute. Und ich habe dann eben gesagt, schaut, jetzt lest euch diese Mail durch. Redet heute Abend nicht miteinander. Jeder macht sich Gedanken für sich. Und morgen um neun in der Früh entscheiden wir, was passiert. Also für mich war die Entscheidung klar, aber nur ohne Team kann ich das nicht durchziehen. Ich bin dann am nächsten Tag um neun in der Früh in die Küche gekommen. Und da lagen vier zerrissen Mails auf dem Tisch und gesagt, der Schmarrn interessiert uns nicht. Wir haben uns für das entschieden und wir gehen den Weg weiter. Und 2017 haben wir dann als erstes Restaurant weltweit mit so einem Konzept drei Sterne gekriegt. Wow. Und so ist das halt gegangen. Aber wie gesagt, das war schon ein bisschen ein Ritt auf der Kanonenkugel auch. Aber wie gesagt, ohne Team, ohne die Einstellung von jungen Leuten, die das wirklich geteilt haben und wirklich auch in sich eingesaugt haben, eingezogen haben, wäre das nie möglich gewesen. Und deswegen ist heute mein Drang, das mit jungen Leuten zu teilen, noch viel größer wie früher. Und ich bin der Meinung, alles, was ich heute mache, mache ich eigentlich für die Zukunft. Und ich meine, mit 62 könnte ich auch langsam in Rente gehen. Nein, du doch nicht. Aber wie gesagt, es ist noch viel zu tun und wir haben einen Spaß. Und wir sehen, dass der Gedanke Früchte getragen hat. Man muss den Gedanken heute wieder weiterspielen. Man muss wieder weiterdenken. Man muss wieder neue Ziele setzen. Weil natürlich jetzt, nachdem wir das 2017 geschafft haben, ist auf einmal jeder auf diese Nachhaltigkeitsschiene gesprungen. Weil vorher war das ja nicht... Hat es niemand interessiert? Hat es niemand interessiert. Und es hat auch von der Gastronomie her, ist es nie richtig berücksichtigt worden, weil es noch nie geschafft wurde, mit dem so ein Ziel zu erreichen. Was wir gemacht haben und wo wir extrem stolz drauf sind, heute noch, ist, wir haben jungen Leuten gezeigt, wo du bist, ob du jetzt in Österreich bist. Österreich, Gott sei Dank, ab nächstes Jahr gibt es wieder Sterne, Michelin-Sterne. Also in diesem Ding hier freut mich das sehr, dass man das einmal sagen muss, weil es einfach eine große Hilfe ist für die jungen Leute im Gastgewerbe in Österreich, weil Michelin ist einfach weltweit der anerkannteste Gied, den es gibt und auch für mich der ernsthafteste. Und das ist einfach das, was wichtig ist. Und wie gesagt, wir haben gezeigt, du kannst, wurscht wo du bist, ob du jetzt in Süditalien bist, in Sizilien, in Österreich, in Bayern, in Frankreich irgendwo, in Amerika, wenn du die Artur um dich herum respektierst und die Regeln und die alten Verwurzelungen bewahrst und weiter ausbaust, dann kannst du drei Sterne kriegen. Und das war, ab dem war dieses Tabu gebrochen und ab dem hat man auch gesehen, wie viel auf dieser Schiene draufgeküpft sind und eben das heute auch zum Teil nachmachen, zum Teil sehr gut nachmachen, zum Teil leider schlecht nachmachen. Aber es ist viel in die Richtung gegangen und es ist eine neue Tendenz entstanden und eine neue Entwicklung entstanden. Wobei man schon sagen muss, dass du und dein Team ja in der Zeit ja schon dann sehr leidensfähig wart. Also das muss man ja, diesen langen Atem muss man ja auch erstmal haben, über Jahre zu sagen, nee, ich glaube jetzt dran, die Platte, die ich da jetzt mache, das wird jetzt mal eine Nummer eins und ich fahre das jetzt so weiter. Also da muss man schon leidensfähig sein. Du, da hilft der Berg wieder, weil da muss halt ein Dickschädel sein. Und ein Dickschädel ist, ja. Das sind die meisten Leute, die aus den Bergen kommen, ein Dickschädel. Oder Lukas? Ja. Wieso schaust du mich so an? Es finden ja oft auch die Richtigen zusammen, oder? Ja. Das ist jetzt nicht da. Aber es ist so. Es ist einfach so. Ja, tatsächlich ist es so, dass du genau etwas gesagt hast, was du für mich stehst und so wie ich dich erlebe, nämlich du bist ein Mensch in deiner Arbeitswelt und vermutlich auch privat, der das Team um sich herum braucht. Weil allein als Einzelkämpfer kannst du ja eh nichts machen. Wie schafft man das denn, junge Menschen dafür zu begeistern, was man da vorhat? Junge Menschen wie Mauro, aber auch junge Menschen wie Lukas und die da auch mit dieser Passion, wie zündest du die an, dass die genauso Bock darauf haben wie du? Du gibst denen die Bühne. Es geht nur um das, es geht um das, dass du erstens ein Konzept hast, dass das für sie okay ist, dass es für sie gut geht und zweitens musst du dann auch die Größe haben, dass du einen Schritt zurück gehst und dass du sagst, hey Jungs, das ist eure Bühne jetzt. Und das ist ihre Bühne. Mauro ist hier Küchenchef, Lukas ist dann Verantwortlicher für das gesamte Ambiente hier, für den Wein, für den Saal. Du, wir haben ein Team, das ist ein Durchschnittshalter von 26 Jahren. Ich glaube nicht, dass es viele Teams gibt auf der Welt in einem Drei-Sterne-Restaurant, die 26 Jahre Durchschnitt haben und um das geht es. Aber man muss halt eigentlich ehrlich, aufrichtig sein und nicht nur sagen, okay, ja, super Team, super Team, super Team und dann ist dein Schädel immer auf der Schlagseite drauf. Das funktioniert nicht. Und das ist halt das, was für mich ist. Und ich bin da, ja, aber, wie gesagt, ich weiß ganz genau, wenn ich auch nicht da bin, läuft das hundertprozentig. Und dahin möchte ich eigentlich, dass wirklich das hier, das Lokal hier, soll im Lukas und soll im Mauro gehören und nicht mehr. Das ist sehr schön. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass nicht nur du dein Team und diese jungen Leute inspirierst, sondern sie vielleicht auch ein Stück weit dich? Auf alle Fälle. Das ist ja, das ist eigentlich das, was bei Cook de Marte entstanden ist. Also was haben wir bei Cook de Marte gemacht? Wir haben vier Säulen aufgebaut, die extrem wichtig sind. Das ist einmal keine Gewächshäuser, einmal kein Olivenöl, einmal keine Zitrusfrüchte und einmal kein Abfall. Das ist wie ein DIN A4-Blatt, wie ein Fußballfeld. Okay, so, geh spielen. Denn die Regeln kennst du. Du weißt nicht, dass du da raus darfst, da darfst du dich raus, da darfst du nicht raus. Durch das, dass die Regeln so klar sind, sagt dir die Natur genau, ganz genau, was du kriegst. Also ohne Gewächshäuser kriegst du hier im Winter nicht viel. Ja. Ja, also ist dein Problem, wie du da hinkommst. Und das ist auch das, aber wie gesagt, ich gehe dann auch nicht zum Gast und sage, das habe ich davon, das interessiert mich gar nicht. Ich sage, du hoch einmal an den Gast, wenn einer herkommt und sagt, du schau, das ist der Herr, der dieses Gericht gemacht hat. Fertig. Das ist genau das Gleiche, wie mich heute einer fragt, wegen Weine. Ich sage, ich verstehe nichts vom Wein. Ich weiß, was mir schmeckt, ja, aber ich verstehe nichts vom Wein. Ich würde mich da nie hinstellen und sagen, ich würde zu diesem Gericht das trinken, das trinken, das trinken. Das ist die Aufgabe vom Lukas und das ist sein Kredo und das ist das, wo er Zeit investiert hat, wo er gelernt hat, wo er sich weitergebildet hat und das ist das nicht. Und genau das Gleiche ist bei Maurer. Aber es kommen durch junge Leute wieder frische Ideen rein, es kommt wieder neuer Schwung rein, es kommen wieder neue Sachen rein. Ich frage mich ab und zu, wie reckt mich der Arsch? Also das hätte mir auch einfallen können. Es ist so. Aber sie macht es halt und da kommt halt eben diese jugendliche Frechheit dazu, die manchmal da ist, aber gute Frechheit, positive Frechheit. Und dann sagt sie, okay, du, eigentlich, hm, ja. Aber wie gesagt, das ist so, die Aufgaben sind anders als das ist, aber da muss eben auch, wirklich dann auch den Raum, den Platz, die Wichtigkeit, die Wertigkeit, auch das weitergeben, nicht nur die Worte. Ja, man bekommt halt auch viel zurück dadurch. Also das ist ja schon auch sehr schön. Jetzt hast du dir das angehört die ganze Zeit, wie siehst du das? Wie hat er dich denn davon überzeugt oder wann hat er dich denn überzeugt? Wie kam es denn zu euch beiden? Jetzt musst du überlegen, ne? Ich wollte eine Saison machen. Jetzt sind es, ja, ich glaube, acht Jahre. Ah. Also ihr habt, er ist gut beim Überzeugen, sagen wir mal so. Ähm, ja, wirklich, was der Chef gesagt hat, eine der Sachen ist, Verantwortung übergeben und das motiviert jemanden halt, wenn du selber machen darfst und musst. und ja, der Chef war wirklich einer, der ist immer mit der Zeit gegangen und vielleicht war er immer ein bisschen voraus sogar. Damals, wo ich angefangen habe, war er ein komplett anderer Mensch. Also, nicht von, von seiner Zielstrebigkeit und dem nicht, aber er war ein wichtiger Chef, so. Also vor acht Jahren. Genau, da war die Küche, in der Küche die ganze, war alles viel noch Sie Chef, Sie Chef, Sie Chef und dann war er das einer der Ersten, wo er dürfen hat, keine Ahnung, da hat der Kommi im Service, hat am Pass gehen dürfen und mit dem Chef reden, das war ja früher nicht normal, das glaubt man heute nicht. Aber er war immer einer voraus und dann war er einer der Ersten, was eben, wie gesagt, ein Team neben sich stehen lassen hat, weil früher war wirklich, wie der Chef sagt, da war immer nur der Chef da, man hat es immer so, es scheinte, als würde der Chef der Baldbequisse und die Kasse und die alleine kochen, nicht? Und da war er auch einer der Ersten. Und wie gesagt, er hat uns eine Bühne gegeben und er hat uns Verantwortung übergeben, er ist immer im Hintergrund gewesen und wie gesagt, er hat uns diesen, den Umriss vom Fußballfeld musste er dann schon oft nochmal nachzeichnen, glaube ich. Aber wenn wir drinnen geblieben sind, durften wir eigentlich, oder dürfen wir machen, was wir wollen? Also, und das ist, glaube ich, der Hauptfaktor, weil alles andere ist dann Nebensache, nicht? Und dann arbeitet man auch gern und dann ist man selber motiviert und gibt Gas und dann baut man auch hinter sich dann wieder ein Team auf und dann wird die Familie halt immer größer und größer. Schön, dass du Familie sagst, also bezeichnet ihr euch auch als Familie. Seid ihr eine? Ja, er ist ein Daddy hier. Der Daddy? It's familiar here. 100%. 100%, that's very good. Sie warten alle nur, dass ich mit dem Stock daherkomme. Ja, das ist ja immer auch ein Stück weit so. Das muss man jetzt vielleicht nicht im Podcast erzählen, aber es gehört Strenge zur Liebe, damit Schönheit entstehen kann. Ich meine nicht mit dem Stock, mit dem Stock, sondern mit dem G-Stock. Ach so, mit dem G-Stock. Aber den kann man auch so verwenden, weißt du? Also wenn man Schwierigkeiten hat zu stehen, es ist vielleicht besser, wenn man verwendet für das Gleichgewicht nicht zu schwingen. Ja, das ist sehr schön, euch dabei zuzuhören. Man merkt, dass ganz viel Vertrauen und gegenseitiges Verlassen aufeinander einfach unabdingbar auch ein Stück weit ist, oder? Also wenn auch vor allem Norbert jetzt vielleicht eher Testimonial klingt zu doof irgendwie. Das klingt so, als ob man nur noch ein Maskottchen wäre. Da bist du ja weitaus mehr. Aber du sagst ja selber, du willst ja auch, dass es mit der Zeit einfach funktioniert, auch wenn du nicht da bist. Und das kannst du ja jetzt durch dieses Vertrauen eigentlich zu 100 Prozent gewährleisten, oder? Also ich glaube eigentlich, es ist so, dass Cook the Mountain geht weit darüber hinaus, nur ein Kochstil zu sein. Cook the Mountain ist wirklich eine Veränderung. Wir wissen alle, dass wir was verändern müssen, sollen, tun, damit die nächsten Generationen wirklich noch was da haben. Und das ist extrem wichtig. Und ich glaube, wenn man das weitergeben will, dann muss man das weitergeben. Und sonst weiterleben. Sonst stirbt es halt mit dir. Und das ist nicht das Interesse, sondern das Interesse ist wirklich, dass man, wie gesagt, mit diesem Gedanken eben Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist für mich ein bisschen ein abgeloschenes Wort. Es ist Respekt. Und Respekt hat es früher gegeben. Respekt hat es immer gegeben. Und ich glaube, dass es eigentlich viel, viel mehr wert ist, wenn man über Respekt redet, für die Menschen, die um dich sind, für die Natur, für die ganze Arbeit, die gemacht wird, für die ganzen Produzenten, dass man Respekt hat von den Leuten, dass man wirklich Respekt hat und das einfach auf eine gleiche Ebene stellt, wie alles, was ist von heute, werden die Parameter leider ein bisschen verschoben. Deswegen glaube ich, dass das extrem wichtig ist und für mich ist das wichtig und ich habe, wie gesagt, zwei kleine Kinder und das kleine eine, das ist eh so größer wie ich mit 13 Jahren, aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen, wir sollten in diese Richtung arbeiten und deswegen ist es sehr wichtig, dass man das weitergibt, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass man das in neugieriger Hände gibt, dass die nicht nur das weiterbringen, was bis jetzt gemacht wurde von uns, sondern dass das weitergebracht wird und auf eine neue Ebene gestellt wird. Und ich glaube, dass das das Wichtige ist und ich glaube, das geht nur, wenn man junge Leute integriert und ihnen, wie gesagt, die Verantwortung gibt und ihnen aber auch die Bühne gibt. Sonst geht das nicht. Ja, und auch eben so ehrlich, wie du es halt sagst. Ich meine, eigentlich ist es so einfach, was du erzählst. Respektiere deine Umgebung und dich und die Welt und dann bekommst du dafür viel zurück und trotzdem ist aber die Tatsache, dass wir halt in einer Bling-Bling-Welt leben, wie sie noch nie vorher war. Alle haben dieses Handy in der Hand, alle posten eher, bevor sie irgendwie nachdenken. Gastronomie auch beispielsweise, und alles wird darauf ausgelegt, damit man schöne Bilder macht und damit man sagen kann, dass man dort war, bevor man irgendwie tatsächlich dort war und es gelebt hat. Und das ist ja dann noch mal schwerer, eben junge Menschen davon zu begeistern, weil deren Setup ist es ja schon eher so schnell und bunt und Bling-Bling. Und das ist dann schon, die Richtigen dann zu finden, ist ein gutes Ding. Ich muss eigentlich sagen, was ich jetzt in Englisch, ich meine, ich glaube, dass auch die CVs, die wir bekommen haben, die gehen in der Richtung. So, so people who are not interested in what we are doing, they are not coming. Exactly. What do you think? I think this is... It's the wrong place for the others. Absolutely. You need to marry this philosophy and then you can come in also because it's really deep to me. It's really a thing. Something that you can really touch is not only about, you know, talking and saying what we do, but actually we do what we say. So people that are joining our philosophy, they really have to be as we are, I think, deeply on what we do and really care of what we do. Especially... Are you two from South Tyrol? No, I am not. I'm coming from like a town, Cormaniago in Friuli. Which is like still mountain vibes. Okay. It's like two hours from here. Okay, but you feel the DNA. Yes. And you feel it from the beginning. Well, and it goes much further, you know, because like we have a beautiful knife here for the main course, which was done by his father. Oh, okay. We'll see it tonight. No, but you know, when you tell the story also how, why, and so there's always a reason. It's a connection of everything, you know, everything we do. Yeah, that's so important and that's, I feel, it everywhere here. Trotzdem war es so, dass ihr das jahrelang woanders gemacht habt. Nämlich erstmal in St. Kassian, was ja irgendwie trotzdem an einem anderen Ort ist, wo du und ihr auch nicht gelebt habt. Und irgendwann mal kam dann der Entschluss, es geht zurück nach Bruneck oder es geht überhaupt nach Bruneck. Nein, der Entschluss kam nicht von uns, der Entschluss kam, dass Hotel Rosabina sich verändert hat und das Hotel praktisch zugesperrt wurde, komplett zugesperrt und abgerissen wurde und es ist heute noch in Umbau und es wird heuer im Weihnachten wieder aufgesperrt und aber das war, wie gesagt, das ist ein anderer Weg und somit hat sich ein Weg, der für mich 29 Jahre war, hat sich einfach beendet und ist, aber das ist ganz legitim, es sind Entscheidungen, die getroffen werden und fertig, aber es ist überhaupt kein Problem und so ist es eigentlich für uns, auf einer Seite ging eine Tür zu und auf der anderen Seite ging eine Tür auf und wir haben halt die Tür aufgesperrt und haben aufgemacht und haben das hier in Bruneck dann gemacht und so war ein nahtloser Übergang, die gesamte Mannschaft ist mitgekommen, also es hätte keine bessere Möglichkeit und keine bessere Lösung für uns geben können und deswegen, das ist okay, so, passt. Magst du vielleicht ein bisschen was zu dem Ort hier erzählen, an dem wir uns befinden? Der Ort ist Bruneck, es ist eine kleine Stadt im Pustertal, hat ungefähr um die 15.000 Einwohner, ist eigentlich eine recht lustige Stadt, also die Pustra, wo er ja auch dazu gehört, weil sein Tal gehört noch zum Pustertal dazu, auch wenn es in Österreich ist. Ach so. Ja, und die Pustras sind allgemein bekannt als sehr viel hart arbeitende Menschen, aber auch viel hart feiernde Menschen, also es gibt beide Seiten und das ist gut, aber wie gesagt, es ist eigentlich hier sind recht ehrliche, aufgeschlossene Leute, sind nicht einfache Leute, aber wie gesagt, es ist eigentlich eine sehr erfolgreiche Stadt. Es gibt hier, Mösmer ist, war einer der ältesten Tuchfabrikanten, den es gab und es gibt und die Firma Mösmer, eben Loden, ist praktisch, war einer der größten, war der größte Arbeitgeber in Bruneck mit fast 500 Mitarbeitern, gehört heute Paul Oberauch und Paul Oberauch gehört diese Villa hier und wir sind eben, ich wohne 100 Meter daneben und ich bin seit sieben Jahren an dieser Villa vorbeigefahren und habe gesagt, irgendwann mache ich hier was und wie dann die Entscheidung eben vom Osalpiner zu Amann zu gehen getroffen war, habe ich gesagt, okay, dann schaue ich, dass wir hier weiterkommen und so haben wir die Arbeit gemacht und so sind wir hier weitergekommen und eben mit Paul Oberauch zusammen haben wir eben dieses Projekt dann durchgegangen, es war auch ein bisschen steinig, weil es ist ja nicht einfach, es ist eine alte Villa, es ist eine historische Villa, es ist Unterdenkmalschutz, das heißt, es sind gewisse Auflagen, wir haben dann mit einem tollen Architekten, also einmal mit dem Walter Angonese, Südtiroler, der auch Manningkur gemacht hat, die Weinkellerei und mit ihm zusammen und mit dem Hellweger haben wir dann dieses Projekt angegangen oder sind dieses Projekt angegangen und wir mussten schauen, was wir tun, also in der Villa selbst durften wir ja nichts tun, also keine Wände verschieben, weil sie unter Denkmalschutz steht und deswegen haben wir lange hin und her überlegt mit dem Mauro und mit dem Lukas auch, was machen wir jetzt hier und wir haben gesagt, okay, wir machen nach Haus, also ihr kommt nicht mehr in ein Restaurant, sondern ihr gebt es zu uns nach Hause, deswegen auch, du kommst her, du kommst Leute zu einer Glocke und man kommt rein, man geht zum Aperitif, setzt sich in einen separaten Raum und dann geht die Reise los und natürlich das Herzstück für uns ist natürlich die Küche, weil es komplett in einem Glasraum ist und wo du einfach direkt am Tresen sitzt und wo nochmal 14, 15 Leute zuschauen können, was in der Küche passiert, wie die Abläufe sind und was gemacht wird. Ach, man kann am Tresen direkt auch essen. Absolut, ja. Und deswegen ist es natürlich auch extrem wichtig, dass Ruhe da ist und deswegen heute auch in der Küche wird überhaupt nicht mehr C-Chef oder Rui oder irgendwas geschrien, sondern gar nichts mehr. Es wird einfach nur leise gearbeitet, so wie zu Hause. Wir wollten einfach ein Zuhause schaffen. Was heute die Villa Mösmer ist, das ist ein Ort, wie gesagt, kein Restaurant mehr, sondern wo wirklich zukünftige Ideen geboren sind, wo Abläufe geboren werden, wo man Gedanken macht, wo man Leute, junge Leute ausbildet und das ist eigentlich dieser Platz, der heute ist und der steht in einem 7000 Quadratmeter großen Garten und wie gesagt, das ist ein Projekt mit Mösmer, also mit Paolo auch zusammen, das wir hier durchgezogen haben und so machen wir das. Und wie lange war das klar? Also von St. Kassian wird irgendwann mal geschlossen bis das wird hier realisiert. Wie viele Jahre lagen da dazwischen oder wie lange konnte man sich darauf einstellen? Einstellen konnte man sich gar nicht, weil erstens, wir sind aus der Pandemiezeit gekommen, wo man nie wusste, wie geht es jetzt weiter, was ist, was passiert jetzt und so ist das eigentlich entstanden. Dann ist eigentlich die Entscheidung relativ kurzfristig gefallen. Das heißt, wir haben im Oktober angefangen zu bauen. Das heißt, die gesamten Bauarbeiten sind praktisch in acht, neun Monaten gemacht worden. Also im Oktober 2022? Genau, sind da angefangen worden. Logisch im Winter hast du dann immer eine Auszeit vom Bauen her und wir haben dann im 12. Juli die ersten zwei Service gemacht, nur für geladene Gäste, also nur für uns als Ablauf und haben dann am 14. Juli effektiv aufgesperrt und haben dann praktisch den Betrieb aufgenommen hierher. Wow. Und vier Monate später wurden alle drei Sterne und der Nachhaltigkeitsstern quasi wieder bestätigt. Nein. Nicht wieder bestätigt. Wir haben es neu erhalten. Ach, tatsächlich. Also es ist dann wirklich, aber ist es wirklich so? Ja. Es ist ein neuer Name, ein neuer Besitzer, ein neuer Ort. Auch wenn das Konzept und alles gleich bleibt. Vollkommen wurscht. Aber natürlich, was wir gehabt haben, wir haben die ganze Mannschaft gehabt. Das heißt, das war eine Sicherheit. Wir haben Cook de Mountain gehabt, das war eine Sicherheit. Aber du fängst mit dem Betrieb von null an. Sie sind natürlich nicht blöd. Natürlich wissen sie, gleicher Kirchenchef, gleicher Oberkennner, gleicher Patron, gleiche Philosophie. Aber wenn die Familie Pizzanini mit im Betrieb gewesen wäre und vielleicht mit dem gleichen Firmennamen oder so, dann hätte man können die Sterne wieder bestätigen. Aber da das nicht war... Verschieben, ja. Verschieben. Da der neue Besitzer jetzt der Chef ist mit seiner Firma und ein neuer Ort ist, ein neuer Name ist, mussten wir uns die drei plus eins neu erkämpfen. Mich überrascht das ja nicht. Also das war doch klar, dass ihr das wollt und dass ihr das schafft, oder? Oder bin ich da sehr leichtgläubig jetzt an der Stelle? Zwischen wollen und schaffen ist ja ein bisschen ein Unterschied. Also ich hätte euch die sofort direkt gegeben. Wir haben es geschafft und das ist natürlich... Wie gesagt, aber das geht nur, wenn du das Team hast. Sonst brauchst du mit dem gar nicht anfangen. Also wenn du hier mit einem neuen Team angefangen hättest, wäre das absolut no chance. Deswegen ist das wirklich ein Teamresultat, ein Teamwork und die Früchte von einer Mannschaft, die das hier gemacht hat. Das heißt, was der Lukas vorher gesagt hat, von einer Familie. Man kommt immer wieder darauf zurück und das eben nicht, weil es eine Floskel ist, so wie du ja vielleicht auch vorhin sagtest, dass das ja bei Nachhaltigkeit verwendet wird, sondern das ist faktisch so, dass du als Team das nur gemeinsam schaffen kannst und im besten Fall zu einer Familie wirst. Hinter mir ist dieses Schild, das ihr jetzt bekommen habt, nämlich die Drei Sterne und der Nachhaltigkeitsstern. Warum hängt das noch nicht? Wir haben noch keine Nägel gefunden. Ach so. Darf man das anbringen überhaupt an so ein Gebäude, wenn das so ein denkmalgeschütztes Ding ist? Glaube ich kaum, dass es da jemand daran hindern wird. Ihr habt es tatsächlich erst vor zwei Tagen bekommen, ne? Die Auszeichnung im November, aber in Italien wird das dann persönlich vorbeigebracht und das dauert dann ein bisschen, aber dann hat man eben die Freude auch zweimal. Okay, und dann habt ihr ab der Party gemacht? Ja. Vor zwei Tagen? Nein. War feuchtfröhlich? Ja. Ja, vielleicht ein bisschen. Bevor wir langsam oder sicher uns Richtung Ende bewegen, machen wir eine kleine Auflockerung, nämlich mit entweder oder fragen. Da dürft ihr jetzt beide, wenn ihr wollt, gleichzeitig ins Mikrofon antworten. Ich würde mal loslegen. Berg oder Tal? Berg. Wer ist lustiger, Norbert oder Lukas? Lukas. Wer ist strenger, Norbert oder Lukas? Norbert. Fermentieren oder Trocknen? Beides. Ich fermentieren. Vegetarisch oder Fleisch? Fleisch. Knödel. Nudeln sind ja vegetarisch. Okay, aber Carbonara ist nicht vegetarisch. Ah ja, dann haben wir mit ein bisschen Speck gepasst. Winter oder Sommer? Sommer. Ich glaube, ich führe immer Winter, jetzt gehe ich auch zu Sommer. Das kommt beim Alter, Lukas. Wegen den Knochen. Brot oder Butter? Brot. Geht nur in Kombination. Mit Salz. Drei Sterne oder der Stern für Nachhaltigkeit? Alle vier. Oder? Ja, alle vier. Komm, nehmen wir das Ganze. Nachhaltig kochen oder nachhaltig essen? Nachhaltig essen, weil dann muss nachhaltig gekocht geworden sein, oder? Esst ja Fastfood. Ernst gemeinte Frage. Macht man das so, wenn man sonst nur auf diesem Spitzensegment ist? Haut man sich manchmal schmarrn rein? Es gibt nichts Besseres wie um zwei in der Früh in Wien am Würstelstandel ein Käsekreiner. Käsekreiner. Ja, sicher. Wie man sagt, Wiener, ich sage, ein Ortiger mit einem Buckle, ein Krokodil und ein Sechzehnerblech. Wow. Mit Buckle und Schiss gibt es auch, oder? Ja, ja. Na, wir sind schon. Wir sind auf einem Event und um zwei, drei in der Früh ein Kebab. Aber zu McDonalds geht es ja nicht, oder? Nein. Aber es gibt so Notsituationen. Es gibt Notsituationen um vier in der Früh und man ist ganz, ganz, ganz gut drauf. Aber dann, den nächsten Tag bereut man es. Sehr gut. Gehsbeicht. Ja, irgendwie, man bereut es tatsächlich immer. Man bereumt ja auch irgendwie die zwei der drei Drinks, die auch zu vier Uhr nachts geführt haben. Im besten Fall ja irgendwie auch. Kopf oder Herz? Herz. Schön. Die Welt oder zu Hause? Zu Hause. Ich glaube, man muss die Welt sehen, um zu Hause zu schätzen. Das auf alle Fälle. Und jetzt bin ich gespannt. Osttirol oder Südtirol? Ja, wie ich Osttirol, logisch. Tirol ist La Jans, ist ein Land La Clans. Stimmt. Kannst du das besetzen? Bin ich auch einverstanden. Südtirol. Aber es ist ein Tal. Es ist wirklich das Pustertal. Ich bin schneller bei mir daheim wie in Bozen. Das ist nur am Pass. Wir haben den gleichen Dialekt, wir haben die gleiche Küche. Es ist das Gleiche. Es ist wirklich das Pustertal. Geht von Brixen bis nach Linz. Und er ist vor. Nach der Grenze und nach vorne. Nach der Grenze, aber es ist ein Seitental vom Pustertal. Also kein Einheimischer hier drinnen, Gast, merkt, dass ich Österreicher bin. Alle glauben, sind sich bis am Ende sicher, dass ich Südtiroler bin. Und meistens lasse ich sie auch im Glauben. Bis zum Schluss. Weil einer das letzte Mal hat den ganzen Abend gesagt, wir sind die Räder. Und ich immer, ja genau, wir sind die Besten. Und ganz zum Schluss habe ich gesagt, du weißt ja wahrscheinlich, dass ich Ostiroler bin. Dann hat er mich ganz entsetzt. Hat er mir auch gesagt, dass er die Zigarre geraucht hat. Ach was. Den ganzen Abend hat er gesagt, wir sind die Räder. Cool. Wir kommen zu unserer letzten Rubrik, und zwar die Rubrik Heimat. Wir haben jetzt sehr viel über Heimat gesprochen. Was heißt denn Heimat für euch im Klartext? Ist es ein Gefühl? Ist Heimat in einem drin? Kann man Heimat auch haben, wenn man sonst wo auf der Welt unterwegs ist? Was ist Heimat? Ich glaube, Heimat kann man überall haben. Es sind, glaube ich, wichtig, die Menschen um einen herum. Ich bin echt ein Mensch, ich kann mich überall eigentlich sehr, sehr gut anpassen und wohlfühlen und auch relativ zu Hause fühlen. Wenn ich jetzt in München bin oder in New York bin und ich dort ein, zwei Jahre arbeiten muss, ich kann mich überall schnell anpassen und bin überall eigentlich sehr, sehr glücklich. Aber so richtig, richtig, richtig zu Hause fühle ich mich halt doch in den Bergen, wie in Osttirol, aber auch Südtirol. Für mich ist Südtirol, Osttirol, meine Heimat. Wir leben im Paradies. Also der Chef sagt oft, bei uns kannst du Skifahren, Golf spielen und schwimmen oft. Wenn es ganz blöd geht, kannst du fast am gleichen Tag. Also im Sommer ist es nicht zu heiß. Im Winter geht es Skifahren. Du kannst alles bei uns. Du lebst im Paradies. Vom guten Essen, gutem Trinken, vom Leben her ist es unschlagbar. Also richtig zu Hause fühle ich mich hier in Südtirol, Osttirol vom Gesamtkonzept einfach, von den Menschen und vom Ambiente. Hast du die Welt schon gesehen? Warst du schon viel draußen? Ja, ich habe in der Schweiz gearbeitet, ich habe in Irland gearbeitet. In München warst du auch, oder? In München habe ich gearbeitet, in Dardin habe ich gearbeitet, in Österreich habe ich gearbeitet. Und dann bin ich viel, viel gereicht und bin ja noch nicht fertig. Das ist ja erst der Anfang, Lukas. Du bist ja noch ein Jungspund, hör mal. Wie alt bist du? 32. Jetzt wissen wir es, der geheimnisvolle Mann ist 32. 91er Jahre. 91. Der Mauro ist 92 und wir sind die zwei Ältesten im Team. Nach dem Chef. Ja, selbst erklärend. Auch wenn man es nicht direkt sieht, ja. Deswegen vertschüsst sich der Chef auch, damit das Durchschnittshalter nicht so weit rauf geht. Norbert, wie sieht es bei dir aus? Heimat, wo ist die? In dir? Draußen? Hier? Heimat ist sehr, sehr viel Richtiges, was der Lukas gesagt hat. Ich habe natürlich einige Jahre mehr auf dem Buckel wie er und habe vielleicht das Ganze noch ein bisschen extremer betrieben, weil ich wirklich, wie gesagt, mit 17 Jahren weggegangen bin und seitdem unterwegs bin. Ich bin heute noch viel unterwegs. Brunneck ist für mich heute sicher ein großes Stück Heimat, weil einfach meine Familie hier ist, weil die Sicherheit für die Familie da ist und weil wir einfach in einem unwahrscheinlich schönen Platz leben. Wir wachsen zweisprachig auf, also die Kinder reden zweisprachig und das ist natürlich auch extrem toll und extrem gut und du bist halt doch relativ gut angebunden. Du bist gleich in Venedig am Flughafen, du bist gleich in München am Flughafen, du bist gleich in Mailand am Flughafen, deswegen ist es auch von dem her kein Problem mehr. Und natürlich die ideale Mischung für mich ist, die Basis hier zu haben und halt doch noch sehr viel zu reisen. Was bedeutet Heimat für dich? Dies. Oh, das ist sehr gut. Ihr seid gemein. Uno, zero per Mauro. Eins, zwei, vier Mal. Nicht viele Worte, aber der richtige. Der richtige, ja. Das ist wichtig, Mauro. Right in the face. Bevor wir zu Amore kommen, was steht noch an? Gibt es irgendwas, was ihr vorhabt, gibt es irgendwas, was ihr schon erzählen könnt, wollt oder gilt es jetzt erstmal hier richtig anzukommen? Für den Zukunft möchten wir mehr Menschen sehen, like, following our path. See more people involved with what we are trying to say to the entire world and people that are actually already taking care of not only what they have, will say on the plate, you know? Aber es ist viel mehr hinter dem Respekt. Wie sieht es für euch aus? Blick in die Zukunft. Ich glaube, wir haben hier schon das Unmögliche möglich gemacht. Mit kurzen Hosen und einem Rucksack. So schnell und wie mir das erledigt. Am ersten Arbeitstag, da sind auch die Maurer und alles drin gewesen. Trotzdem haben wir alles hingekriegt. Ich glaube, wir sind schon angekommen hier. Es hat sich wirklich vom ersten Tag wie zu Hause angefühlt. Und weil wir eben unsere kleine Familie hatten, hat es auch super gut geklappt. Jetzt vielleicht noch alles ein bisschen fixieren, verankern. Aber dann in dem Haus, da sind wir schon gut angekommen. Ich glaube, eines müssen wir schauen, dass wir es schaffen, dass der neben mir ein bisschen ruhiger wird. Der kommt jeden Tag mit neuen Plänen. Sagt der 32-Jährige, dass du ruhiger werden willst. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Wir müssen eher schauen, dass er da ein bisschen ruhiger wird neben uns. Wenn wir das schaffen. Nein, es gibt so viele Side-Projekte, wo man dann auch die Familie halten kann. Weil es ist ja so, auch wenn wir eine Familie sind, wenn die Jungen kommen, ein Jahr macht er Kommi, ein zweites Jahr macht er noch Kommi, dann will er vielleicht Chef daran. Weil die wollen ja immer wachsen. Und durch diese Side-Projekte, auch was der Chef und wir alle hier haben, kann man auch die Familie behalten. Weil sonst, irgendwann wäre es langweilig. Weil du machst nicht 15 Jahre hier den Chef der Rau. Nein, du musst ihm andere Objektive zeigen. Und dann schickt man ihn auf ein anderes Projekt, was man hat. Und so behält man die Familie. Und das versucht der Chef gerade zu machen, glaube ich. Ja, in einer guten Familie kann man ja auch eine Zeit lang irgendwie sich auch getrennte Wege gehen, ohne dass man getrennt ist voneinander. Genau. Das ist schon in Ordnung. Zurückkehren auch zu Norbert. Ich habe nichts zu sagen. Du hast alles gesagt. Du musst ruhiger werden. Sagt das auch deine Frau? Die ist froh, wenn ich ab und zu aus dem Haus gehe. Es ist, wie der Lukas gesagt hat, es ist gut, wenn man den Weg von jungen Leuten begleiten kann. Auch wenn es nicht mehr hier ist. Aber wie gesagt, wenn man ihnen die Sicherheit geben kann, dass jemand dahinter steht, auf den sie sich verlassen können. Aber wie gesagt, was Lukas richtig sagt hat, die Leute wollen wachsen, müssen wachsen. Wir waren ja die Gleichen. Oder ich war der Gleiche. Ich habe ein Jahr da gemacht, ein Jahr da gemacht, ein Jahr da gemacht. Und vor allem, aber wie gesagt, das ist extrem wichtig. Und ich glaube, nur so kannst du wirklich eine große Mannschaft aufbauen und so kannst du das weiterbringen, weiter pflegen, weiterhegen. Und das ist das, was Spaß macht. Wie gesagt, jeder will wachsen. Vollkommen legitim. Also wenn ich dem Maurer jeden Tag auf den Senkel gehe, dann wird der Maurer innerhalb von einer kürzesten Zeit auch mal gehen. Und das muss man lernen. Das habe ich lernen müssen. Und so muss man das weitergeben. So muss das jetzt der Maurer lernen. So muss der Lukas das lernen. Und dass das eben weitergeht und weitergeht. Aber das stärkt ja, das ist ja nicht weggeben. Das ist wie Kinder. Kinder müssen irgendwann alleine gehen. Kinder müssen irgendwann, muss man loslassen, dann müssen wir alleine gehen. Aber man muss halt schauen, wenn man da ist, dass man helfen kann, dass man unterstützen kann. Also ich freue mich immer, wenn Leute, die bei mir gearbeitet haben, mich anrufen und sagen, du Chef, ich müsste mich da entscheiden. Was sagst du dazu? Und das ist natürlich für mich das Schönste und das macht mir Spaß. Und ich glaube, das ist das Weiterentwickeln. Und das ist eben, wie gesagt, dass das hier nicht mehr ein Restaurant ist, als klassisches Restaurant, sondern es einfach wirklich ein Zuhause ist für uns und auch aber für die Leute, die früher mit uns gearbeitet haben. Das klingt schon sehr nach Amore, alles, was du da sagst. Deshalb schließen wir jetzt auch gleich mit Amore ab. What means Amore to you? Like you are Italian, so what means to you? It means be present. This means Amore. Everything that you give to someone, all the effort and effects you do, to show what your feeling is. So everything you do actually. And it's a big feeling. Yes. Grande Amore. Grande Amore. Na, was habt ihr noch zu Amore zu sagen? Amore ist ein wunderschönes Wort, aber Amore hat leider sehr oft ein Ablaufdatum und es ist natürlich die Anfangseuphorie extrem groß, das ist auch im Privaten so und irgendwann wird es halt Arbeit und irgendwann, was für mich am wichtigsten ist, da ist Respekt. Dass man wirklich die Privatsphäre respektiert, wirklich die Entwicklung auch vom Partner respektiert, wie gesagt, auch von den Kindern respektiert. Das ist nicht immer leicht, aber das ist so und das ist, glaube ich, überall so. Es ist Amore, dieses Anfangsgefühl, was ja wunderschön ist, diese Schmetterlinge im Bauch und alles, was toll ist. Wie gesagt, aber es ist halt sehr oft, man muss es natürlich versuchen, so lange wie öfter der Absicht zu halten, aber es geht dann auch weiter. Das ist ja nicht so, dass es nicht mehr da ist, aber es ist halt anders. Und dann ist halt auch extrem wichtig eben Respekt. Und das ist es, was auf lange Zeit das Schwierigste ist. Aber machbar. Aber machbar, absolut. Aber machbar. Absolut machbar, ja. Lukas, du schließt ab. Ja, wie der Chef gesagt hat, Amore ist etwas vom Schönsten auf der Welt, aber sicher auch eines vom Schwierigsten zu halten. Und ich glaube, ja, Respekt ist sicher etwas vom Wichtigsten. Und ja, man muss halt auch gewillt sein, Sachen zu tun, was man vielleicht, wo man, man würde lieber was anderes machen und macht halt dann trotzdem was anderes, um den anderen glücklich zu machen. Also auch mal wirklich Sachen zu machen, was man nicht gerne macht. Das gehört dazu. Wenn man glaubt, dass Amore immer nur schön ist, dann ist es nicht Amore. Amore ist auch Arbeit. Und Kompromisse. Kürzlich hat ein Gast auch in unserem Podcast gesagt, dass der ist mit seiner Lebensgefährtin im Podcast gewesen. Und sie als Frau hat Amore sehr verblümt ausgedrückt. Und er musste kurz überlegen und sagte dann, Amore ist aushalten. Sind sie noch zusammen? Ja, sie sind zusammen. Sie lieben sich auch sehr. Und wir fanden das erst mal so ein bisschen witzig und haben uns ein bisschen drüber lustig gemacht. Aber so Unrecht hat er damit gar nicht. Manchmal muss man es auch aushalten. Und man weiß ja im besten Fall, für was man es macht. Es ist Respekt. Wir kommen wieder zum Respekt und wieder zur Familie. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bei uns zu Gast wart. Thank you so much, that you were our guests. Salute, grazie. Und bis zum nächsten Mal bei Amüse und Amore. Vielen Dank. Prost. Ciao. 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 . Ciao. Für die immer neuesten Infos folgt uns auf at amüs und amore. Weitere Details gibt es außerdem auf www.dasstudiof.de